... ... ... ... ... ... Also da waren noch ganz viele bekannte... Was war das denn? Wow. Okay. Das bringt nichts, dass wir das aktivieren. Ganz viele andere Synchronsprecher dabei, wo ich mir dachte, ey, das kennst du irgendwo her? Da war auch diese eine komische, rauchige Stimme da. Und Dennis hat mir dann auch den Typen gesagt, der den gesprochen hat, aber ich Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Irgendwie Hermann oder irgendwie sowas. Irgend so komisch einen alten Namen hat er. Scheiße. Dass man nicht einfach mal ein Level kriegt, was man direkt auf Anhieb schafft. Und dass ich nicht mal irgendwie einen Satz aus mir rauskriegen kann, den ich direkt auf Anhieb schaffe. Mann! Das war Glück. Glück in so Unglück. Ach komm. Das kann man auch echt scheiße abschätzen, ey. Wie viel war das? 1,8, ne? Wenn die mal ein bisschen schneller hier düsen würden, ne? Ja, da wollte ich zu viel. Es hätte wahrscheinlich von der Zeit gepasst, natürlich. Also gerade so hätte es von der Zeit gepasst. Aber die Musik ist schön. Oh, da bin ich etwas... Ein bisschen. Hallo. Entschuldigung. Er hat mich schon seit Längerem... Ähm... ...belästigt. Der musste jetzt mal gerade raus. Ich muss mir auch gleich mal was zu trinken holen. Oder mir irgendwie Tee oder sowas machen. Ich hab nämlich nix hier rumstehen. Und das kann ja nicht angehen. Ah! Ah! Egal. Das war gut. 23 Sekunden. Nein! Ich bin daneben gesprungen. Ich mag das Geräusch. Können sich halt gerade so... ...selbst so... ...oben halten. Und dann, wenn man halt drauf springt, dann versagt der Antrieb komplett. Blöd ist auch... ...dass die Maske... ...eim nix bringt. Wenn man... ...in den Abgrund stürzt. Da könnte ich eigentlich auch direkt... ...da drauf springen. Das ist okay. Ist auch okay. ...die können uns hier nicht... ...das hätte ich mir gewünscht, dass die uns hier eineisen. Irgendwie. Aber die kann man berühren, wie man will. Reicht das? Nein, ich hab eins neun. Fick mir. Grrrr. Grrrr. Du zimmst ja schon fast seit zwei Stunden. Die optimale Menge an Flüssigkeit, die du bisher zu dir nehmen hättest sollen, wären 0,5 Liter. Ähm. Es kann ja auch sein, dass ich heute Morgen schon 6 Liter getrunken hab. ...dann würde das eigentlich für den ganzen Tag ausreichen. Aber nein, ich habe keinen Sekret da getrunken. Wird sogar für mehrere Tage ausreichen. Quasi. Das wird dann, schätze ich mal, auch einfach zu viel Wasser sein auf einmal für den Körper, um das überhaupt bearbeiten zu können. Deswegen kommt das einfach so wieder raus. Nein. Ich hab die Minute... Die Minute, genau. Eine Minute-Kiste. Hab ich verpasst. 6 Liter am Morgen geht's. Ja, für mich nicht. Vorher nur mal morgens an den Liter Wasser zu denken, dass ich die Tränengitter kotze ich schon. Mit viel Flüssigkeit, da braucht er mir echt nicht zu kommen. War auch, als ich... Hm? Als ich sonst immer Blut spenden war morgens, dann muss man sich auch, glaube ich, einen Liter, anderthalb... Liter... Ich glaube, anderthalb muss man da vorher trinken. Ähm. Das war auch immer die Hölle. Das ging gut hier. 24... Ich hab... Ich merke mir das mal. Ist okay, ist okay. Okay. Das ist scheiße, weil da die... Äh. Weil da die Kamera so blöd umschwenkt. Ich hab da gerade was von Milch getrunken. Äh, getrunken. Gelesen. Äh. Bei mir wurde damals immer gesagt, nee, Milch ist kein Getränk. Also es kann nicht als Getränk gezählt werden. Aber es ist flüssig. Also es ist für mich ein Getränk. Alles, was ich trinken kann, auch Joghurt, ist ein Getränk. Also manchen Joghurt. Mancher Joghurt ist echt so flüssig, den kannst du trinken. Ich bin schon wieder eine Minute, Sekunde länger dran. Da bin ich an der Plattform hängen geblieben. Milch hydriert besser als Wasser. Meint man eigentlich gar nicht, ne? Oh, da wäre ich fast schon wieder runtergefallen. Aber ich hab's noch gesehen, dass ich da ein bisschen schief auf der Plattform war. Okay, das läuft hier ganz gut. Natürlich nicht. Ja, Astronautennahrung ist für mich ein Getränk. Suppe auch. Ja gut, Suppe kann man ja trinken. Naja, aber halt alles, was so flüssig ist, was zum Trinken gedacht ist, ist für mich ein Getränk. So, jetzt hab ich die Maske verpasst. Egal, drauf geschissen. 26, noch eine Sekunde länger. Das geht nicht, das krieg ich nicht hin. Wunder mich, dass ich das hier mit dem TNT-Gusten-Gusten-Gusten immer so gut hinkrieg. Me gusto. Me gusta? Me gu-me-gust-me-gust-me-gust-me-gust-me-gusto heißt es, glaub ich, ne? Ami me gusto. Ami me gusta? Ich weiß es nicht mehr. Ich war immer auf O-Endung, aber... Das ist jetzt schon wieder so lange her. Nein, zu weit gesprungen. Eigentlich kann ich das hier schon wieder in die Tolle knüppeln, ne? Ja. Ich find das so schade, dass man hier nicht einfach abkürzen kann, ne? Weil man kann da halt an der Einstelle so gut nach unten springen, könnte man. Aber man darf es nicht. Diese hier umdrehen ich natürlich nicht. Ach, scheiße. Ich hab früher echt sauviel Milch getrunken. Also es war halt immer so, wenn ich Durst hatte, hab ich einfach Milch getrunken. Ab in der Küche. Glas Milch eingekippt. Ich hab früher eigentlich so gut wie gar kein Wasser getrunken. Das war ganz selten. War halt nur, wenn... Wenn nichts anderes da war, so, ne? 27. Alter, das kann doch nicht sein. Dann kann ich hier noch was geben, ey. Das ist so ein kurzes Level an sich eigentlich. Jetzt hab ich die Maske verballert. Ähm. So ein kurzes Level, ich hab da so ne Probleme mit mir. Ja, ist egal. Ich hab die Maske eh nicht gekriegt. So ein kurzes Level, ich hab die Maske. Nur weil ich einen kleinen Bogen drumrum machen wollte. Gegen der scheiß Maske, ne? Ich lass es einfach. Ich lass mich einfach treffen und gut ist. Ich hab die Maske, ne? 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 Vielen Dank.